Beim Blasmusik-Workshop Blas Wars 2.0 des Musikvereins Norderstedt e.V. lautete das Motto Best of Musical. Voraussetzung für die Teilnahme sind mindestens zwei Jahre Instrumentalunterricht an einem Holz- oder Blechblasinstrument. Die Dozenten Frank Engelke und Ulrike Kuper lernen mit den Kindern und Jugendlichen bis zu einem Alter von 18 Jahren die schönsten Hits und Ohrwürmer aus bekannten Musicals. Also das ist das zweite Mal, dass wir diesen Kurs machen. Letztes Jahr haben wir das das erste Mal gemacht und die Resonanzen sind gut. Also wir haben 80 bis 90 Prozent der Teilnehmer, die im letzten Jahr da waren, sind wieder da und ein paar noch dazu. Also wir sind mehr geworden als beim letzten Mal. Zwei Konzerte waren ja schon, das vom Jungen Blasorchester, ein Ensemble vom Musikverein und dann noch von den Fischer Thorns. Das war auch schon am 3. Oktober und jetzt ist das der letzte Teil, findet am 8. November statt. Das ist das Symphonische Blasorchester, das findet dann um 20 Uhr in der Tribüne statt. Und wenn alles gut klappt, wird dann auch die Gruppe von Blaswars im Foyer vorher spielen. Von daher gibt es dann so eine Kombination nochmal aus dem Resultat von dieser Woche und vom Symphonischen Blasorchester, wo es dann vielleicht für die Musiker von heute auch hingeht. Das Ergebnis präsentierten sie den Eltern, Freunden und interessierten Gästen am Ende des Workshops. Das Ergebnis präsentierte Gästen am Ende des Workshops.